Puzzle. Meine Kinder haben das immer gerne gemacht, zu puzzeln. Puzzle ist eigentlich ein englisches Wort, das heißt übersetzt Rätsel. It puzzles me. Englisch heißt, es erstaunt mich. So wie mein Leben mich oft erstaunt und etwas rätselhaft ist. Das Leben als Puzzle, da finde ich mich wieder. Wenn ich mein Leben verstehen will, dann muss ich erst einmal die verschiedenen Teile meines Lebens genau betrachten, ihre Form, ihre Farbe. Ich muss sie umdrehen. Und wenn ich dann anfange, es zusammenzusetzen, dann fange ich am besten damit an, den Rahmen zu puzzeln. Das weiß schon meine kleine Tochter. Der Rahmen, das ist das, was mich begrenzt, was mir aber auch Halt gibt. Der Rahmen meines Lebens, das ist Gott als mein Schöpfer. Seine Gesetze, seine Naturgesetze, die liefern den Rahmen für unser Leben ab. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Teile des Lebens in diesem Rahmen. Vater und Mutter, Geschwister, Freunde, was ich kann, was ich mag, was ich beruflich mache. Und auch die Schatten gehören zum Bild dazu. Ein vollständiges Bild wird es aber eigentlich nie, wenn die Mitte vom Puzzle fehlt. Im Glauben ist mir klar, Jesus Christus ist die Mitte. Er ist der Angelpunkt, der Dreh- und Angelpunkt des Lebens. In seinem Licht wird erst klar, was die Bestimmung meines Lebens überhaupt ausmacht. Beim Puzzlen geht das Bild ja immer auf. Außer man verliert einen Teil. Manchen Menschen geht das so, dass sie Teile ihres Lebens verlieren. Weil eine Beziehung zerbricht, weil man Freunde aus den Augen verliert, weil ein lieber Mensch stirbt. Dann ist das Gefühl da, da ist eine Lücke. Manchmal beobachtet man auch, wie bei einem Menschen Puzzleteile verloren gehen, weil er dement wird. Und manchmal hat man das Gefühl, es ist kein Puzzle, das Leben, sondern es ist eigentlich ein Scherbenhaufen. Bei dem Puzzle, das ich kaufe, da weiß ich immer, wie das Bild am Ende aussehen soll. Da gibt es ein klares Bild. Und da ist ja auch genau abgezählt, welche Teile dazugehören. Es ist sozusagen das Leben in einer Schachtel und es passt. Ich glaube, dass wir das oft nicht sehen können. Wir eher den Scherbenhaufen sehen. Aber dass Gott so auf mein Leben schaut. Dass er längst die Puzzleteile meines Lebens kennt und weiß, dass sie passen. Und ich glaube, dass ich besser lebe, mein Leben besser zusammensetzen und besser einordnen kann, wenn ich die Mitte meines Lebens und den Rahmen kenne. Dankeschön. 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 Vielen Dank.